Guten Morgen, YouTube! Was der Tag heute wohl so bringt, nachdem der Odin seinen Arsch in die Jogginghose schwingt? Heute gibt's kein Handy oder anderen Stuff, der nervig blinkt, doch da liegt ne Karte. Wo mich diese wohl hinbringt? Wo ist Gimli? Dieser eben faule Zwergensack, den ich bei solchen kritzerlern im Verdacht als schlimmen Schergen hab. Ich frag mal den Farmer, doch der gehört zum derben Pack. Er liegt betrunken im Keller und ist nur noch ein Nervenfrack. Voller Tatendrang setz ich mich an den Rand des Betts. Wär ich doch nur live, hätte ich die Hilfe meines Chats. Doch heute gibt's kein Internet, keine Foren, keine Threads. Der Maier rätselt mit, du suchst die Spinne ohne Netz. Gerade an dem Tag, an dem ich viel lieber mal chillen mag, bekomm ich keine Ruhe. Wie laut sind denn diese Grillen? Ich bezeichne mich doch selbst gerne alsweise und zu Willen stark. Plötzlich der Gedankennütz, ich muss in Regensburg zum Villapark. Mit schnellen Schritten beginne ich die Expedition, auf der Suche nach dem Überlebenden der Dezimation. Ein Nachfahre der Römer, vom Rangzenturion. Er steht da wie Mathematiker und zeigt den Scorpion. Ave, salve und servus Erdnuss. Ohne den Schatz ist die Karte wertlos. Das ist mir schon klar. Du Wächter voll Bergmoos, doch du trägst das Zeichen. Wo finde ich denn den Wert bloß? Das Zeichen? Oh, das Tier auf dem Gewand. Klebte ein Zwerg vor Jahren an die Bank. Ein Zwerg, sagst du? Weißt du, wohin er verschwand? Er suchte einen Keller und vor Sorge war er krank. Ohne Gruß lief ich los. Vor den Augen das Ziel. Das wird wie die schwarze Acht. Das Ende vom Spiel. Was ist wohl der Schatz? Womöglich ein Millionendeal oder vielleicht ein Grundstück komplett im Baronenstil? Ich komme im Keller an, in dem ich selber mal saß und in meiner Eile den Gimli vergaß. Der warte mit strenger Miene und mit Pesto im Glas und versteht bei dem Thema so überhaupt kein Spaß. Ich zeichne dir die Karte als alter Linguist, damit du bei deinen Abenteuern deine Freunde nicht vergisst. In deinem Leben ist keiner von uns nur ein Statist, weswegen man uns nur in dem Wert von Schätzen ist. Also setzen wir uns zu meinen Leuten am Balkon, so genießt man am besten einen Tag ohne Strom. Der Grill wird angeworfen, das gehört zum guten Ton und lachende Freunde sind der einzig wahre Lohn.